Musik Mein Name ist Thomas Mayer, ich bin Schriftsteller und neuerdings auch Drehbuchautor. Mein Name ist Morderei Wolkenbruch, kurz Mordi, 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 Mordi. Ich habe mich irgendwann gefragt, woher all die jüdischen Namen kommen, habe recherchiert und dabei herausgefunden, dass Juden, wenn sie in deutschsprachige Gebiete einwanderten, aufgefordert wurden, jüdische Namen anzunehmen. Ich habe mich gefragt, was hätte ich mir denn da zugelegt und fand, ja Wolkenbruch wäre ein guter jüdischer Name. Und das hier, das ist ein arrangiertes Treffen. Er verkackt es wieder. Ich soll nämlich endlich heiraten. Und ich habe dann aber diesen Gedanken gehabt von diesem jungen jüdischen Mann, der sich in die falsche Frau verliebt. Ich möchte eine Frau, die mir so richtig gefällt. Ist ja nur frei. Also heute, Herr Wolkenbruch hat Ansprüche. Das Buch ist ja im März 2012 erschienen und hat zu meiner großen Freude sofort viele Freunde und viel Beachtung gefunden. Das Radio hat darüber berichtet und ich glaube einen Ausschnitt gesendet aus meiner Lesung in Solothurn und Hans Sietz, der Produzent von Turnus, hat diese Sendung im Auto gehört und fand, das muss verfilmt werden. Ich war natürlich begeistert und bin es immer noch. Hören Sie nicht einen anderen Modell. Norton, let's. Jetzt ist er aus wie dieser jüdische Regisseur. Woody Allen. Michael Steiner ist ein sehr talentierter Regisseur. Das hat er jetzt abermals bewiesen. Michael hat ja auch, wie ich, dafür plädiert, diesen Film in Standardsprache umzusetzen. Also nicht als Dialektwerk, sondern als hochdeutschen Film mit jüdischen Einsprengseln. Und er ist dann noch weiter gegangen, wofür ich ihm ewig dankbar sein werde, und hat angeregt und auch so proben lassen, dass Motti mit seiner Familie wirklich jüdisch spricht. Nicht in einzelnen Wörtern, sondern jüdisch. Und dann hat Michi geprobt mit Joel Bassmann und Inge Mo und die haben jüdisch gesprochen. Und ich bin da zugekommen und fragte ihn, was er da macht. Er erkenne doch die Haltung der Produktion und er fand, das sei geil und ich soll ihm vertrauen, er mache das schon. Er überrede die dann schon. Und ich weiß bis heute nicht, wie er es gemacht hat, aber es ist ihm gelungen. Was sagt Ihre Mutter dazu, Herr Wolkenburg? Ach, Schicksal! Sie nimmt das nicht so streng, sie ist eher liberal. Ich bringe dich hoch!